3-0 geführt, 89. Ball ist weg und der Mäht einen komplett weg vom KSC. Das ist der, der wir haben. Und ich fand eigentlich, also auch schon in der Aufstiegssaison und letztes Jahr, aber dass Materazzo eigentlich, ich finde, ist ein richtig guter Trainer, ist ein richtig sympathischer Typ und ich finde, der hat auch eine richtig gute Gegneranalyse. Also im Vergleich jetzt häufig zu unseren Trainern, wo gefühlt die gar keine Gegneranalyse machen, ist das schon ein richtiger Fachmann. Wie siehst du den so? Bist du zufrieden mit dem? Bist du nicht zufrieden? Erzähl mal ein bisschen über Materazzo. Ja, also ich glaube, nicht zufrieden kann mit dem fast nicht sein. Der kam ja auch damals mitten in der zweiten Liga mit einem Aufstiegsrennen, wo der Walter entlassen bei uns. Dann kam er irgendwann im Januar 2020, war das dann. Und da ist halt auch wieder klassischer Misslingtat, du holst halt keinen aufstiegserfahrenen Trainer, sondern du holst einen Co-Trainer aus Hoffenheim. Das hätte auch wieder sonst wie laufen können. Und wie es dann seitdem gelaufen ist, ich glaube, da kann man nur Glück sein. Das merkst du auch jetzt daran, dass du absolut nie, auch nur ansatzweise in der Debatte hattest, dass du den Trainer wirfst. Gerade in so schlechten Phasen, gerade vor der Phase, wo wir dann mal Gladbach-Augsburg geschlagen haben, da waren wir wirklich ganz weit unten dabei und wirklich gefühlt auf Abstiegskurs, da waren sie alle komplett ruhig. Es gibt auch schon seit Beginn der Saison die klare Ansage, wir bleiben. Gut, das ist ja mal vorhergesagt, aber selbst wenn wir absteigen, würden wir bleiben. Wir sind Tat und Materazzo. Das war ein Riesending, den zu holen. Hat funktioniert, der Typ hat extrem Ahnung. Was er vielleicht nicht 100% ist oder zumindest so wirkt er nicht, ist halt jetzt keiner, der beißt, keiner, der jetzt irgendwie richtig laut werden könnte. Das wird er bestimmt intern tun, aber so wirkt er nicht. Er ist halt sehr ruhig, sehr fachlich, aber gerade das brauchst du auch. Du brauchst auch gerade keinen, der irgendwie Hektik macht. Das hat man oft genug in Abstiegsjahren. Deswegen fand ich auch die richtige Entscheidung, mit dem drin zu bleiben. Die Saison hat eh für mich andere Gründe als den Trainer oder die Mannschaft oder sonst was, dass wir da unten drin stecken. Es lief einfach viel zusammen. Deswegen war eine mega Anstellung. Sieht man jetzt ja auch seit zwei Jahren Trainer. Das letzte Mal, glaube ich, hat Badia vor acht Jahren geschafft, die Zwei-Jahre-Marke zu knacken. Davor Trainer wie ein Weinzieher und ein Korkut und was wir da alles hatten. Ja, wie sieht man Hertha von außen? Also es gibt ja eigentlich, wenn man sich jetzt mal die letzten drei Jahre anguckt, also ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, weil ich mich jeden Tag damit beschäftige, kein Klub, der weniger erfolgreich ist, sage ich mal. Aber trotzdem so viele Schlagzeilen pro Woche produziert. Also wie sieht man Hertha von außen? Ich weiß ja fast schon die Antwort. Ist es einfach nur noch peinlich, lächerlich oder wie sieht man? Ist es wirklich dieser HSV 2.0, wie ich mich ja schon selber mittlerweile sehe? Wie sieht man jetzt aus der VfB-Sicht Hertha BSC oder aus deiner Sicht? Das ist ja nicht für die Allgemeinheit, aber aus deiner Sicht. Wie sieht man das? Nicht unbedingt HSV, vielleicht eher Schalke 2.0. Also es kommt halt rüber als ein kompletter Chaos-Klub, der irgendwie seit Jahren die Ambition hat, wir wollen Euroleague spielen und so. Ich habe auch, ich habe mal wieder reingeschaut, Saisonprognose, ich habe euch auf die Acht gestellt. Ich habe mich auch mitleiten lassen zu dem Ding, auf die Acht prognostiziert gehabt. Aber auch die Transfers sind so immer dick das Geld rangeholt, natürlich die ganze Windhorst-Geschichte. Diese ganzen, gut, ich weiß, dass der Spruch nicht von euch kommt, auch dieses Big City Club ist natürlich trotzdem auch ein Meme geworden, auch wenn es natürlich nicht von euch kommt. Aber ja, als kompletter Chaos-Klub halt, wo man halt als Außensteher schon auch, wie bei Hamburg, wie auch bei Schalke, irgendwo nur darauf wartet, bis man dann halt wirklich auch absteigt. Weil das ist halt meistens das Ende von solchen Aktionen. Ein großer Klub, der halt sich auch wieder durch irgendwelche zu großen Ambitionen dann irgendwann selber halt den Rücken sticht und irgendwann absteigt. So sieht es von außen aus. Hast du eine Abneigung gegen Hertha? Also jetzt unabhängig davon, natürlich, jetzt geht es nur noch darum, dass man in der Liga bleibt. Ich wünsche mir auch am liebsten, dass ich mit Hertha 15. werde und mir ist egal, weil in dem Sinne, was mit Stuttgart passiert. Aber man hat ja, ich zumindest habe immer so Präferenzen. Also mich nerven zum Beispiel, das soll auch kein Disrespect sein, die haben ja auch viele Fans und so weiter, aber mich nerven diese ganzen Klubs wie, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Hoffenheim oder Augsburg oder so. Weil diese Spiele interessieren mich einfach nicht. Ich hoffe, man spielt halt noch wenigstens attraktiven Fußball, aber das sind für mich keine brisanten Spiele. Bochum hat ja auch eine Tradition, aber wenn du dann halt irgendwie nur noch so eine Klubs in der Liga hast, wie Mainz, Bochum, Augsburg, also mir fehlen diese Vereine wie Schalke, Bremen, auch der HSV eigentlich. Und auch Stuttgart ist für mich einfach kein Klub, der in die zweite Liga sollte. Wie siehst du das jetzt unabhängig davon, wie die Situation gerade ist? Wäre dir das egal, ob Hertha auch noch absteigt oder hast du da ähnliche Ansichten wie ich? Also vom Klub wäre es mir nicht egal. Also Hertha darf sehr gerne in der ersten Liga bleiben. Also es wird leider nicht passieren, aber mir wäre es auch lieber, wenn als 17. Wolfsburg absteigt und Augsburg als 16. Relegation muss und wir bleiben direkt drin bleiben. Wäre mir für den Klubs ja auch deutlich lieber. Ja, ja gut, das mit Wolfsburg wird leider wirklich nicht mehr passieren. Ich meine, Augsburg schwierig, du hattest mir das heute gesagt. Wen hatten die als letzten Gegner, Augsburg? Ja, die haben noch zu Hause Fürth am letzten Spieltag, so als letzten Rettungsring. Wobei, wenn die jetzt halt die nächsten drei Spiele verlieren, geht denen natürlich auch das Stift am letzten Spieltag. Dann haben die auch Stress, aber im Normalfall sollten die ihre Saison schon irgendwie rumkriegen. Aber wenn die mal runter dürften, würde es mich auch nicht stören. Also ich finde jetzt nicht, dass das da die Megamannschaft ist. Die hatten halt diese zwei Siege gegen Mainz und Wolfsburg, mit denen ich wirklich nicht gerechnet habe. Sonst hätten die ja auch nur 26 Punkte. Ja, nee, Markus Weinzer ist für mich auch seit seiner VfB-Zeit für jeden Klub ein Negativ-Argument. Was hat der bei euch erreicht? Nichts. Der hat uns den Abstieg runtergespielt. Am Ende der letzten paar Spiele der Relegation hat dieser unsere 19-Trainer übernommen, aber dem gebe ich keine Schuld. Er hat das Team wieder so halbwegs ins Leben gerufen, aber wir... Drin gehalten haben wir uns halt trotzdem nicht. Also Weinzer war ja faszinierend schlecht bei uns. Das war ja ganz, ganz grottig. Der funktioniert auch nur in Augsburg. Ja, der war davor auf Schalke, dann freigestellt, dann bei uns. Der klappt auch nur in Augsburg-Weinzer, glaube ich. Ihr seid 1899, oder? Stuttgart? 93. 1899 ist Werder Bremen so rum, ne? Und Hoffenheim. Ein Jahr jünger als Hertha. Hoffenheim auch offiziell 1899. Äh, ja, ja, ist klar. Ja, ja. Ist das eigentlich ein bisschen so ein Derby oder gar nicht für euch? Ne, also sprecht irgendein VfB-Ultra darauf an, dass das ein Derby gegen Hoffenheim und da lacht ich aus. Also im Leben nicht. Das ziehen die sich so ein bisschen hoch als Derby, weil sie sonst nichts haben, aber auch genau das Gleiche mit Freiburg. Es sind halt Nachbarschaftsduelle. Das einzige Derby, was wir haben, ist der KSC. Aber dann Taifun Korko zu holen, also das ist ja wohl wirklich, also das ist ja wie eine, ich weiß gar nicht, das ist ja wie, als wenn du absteigen willst. Also wie kommt man auf die Idee? Wie kommt man auf die Idee? Das war ein Feiertag in der VfB-Twitter-Bubble. Das war ein schöner Tag, das war lustig. Weil alle genau im gleichen Tee, wo sich gedacht haben, warum? Warum? Wie viele Beweise willst du noch? Warum hole ich einen Taifun Korko? Nichts wegen den Menschen, wie immer, nichts wegen den Menschen. Aber warum holst du den als Trainer? Warum denn? Und dann das erste Spiel war direkt bei uns. Sein erstes Spiel war es 2-2 bei uns. War auch wieder ein Fußballgott, ne? Naja, wo wir 2-0 hinten gelegen haben, relativ früh, ihr durch zwei Chancen, glaube ich, ne? Naja, das war eins der vielen Spiele, die man wieder verschenkt hat. Da hast du das Spiel schon so klar gehabt und am Ende musst du so fast noch zittern. Das war halt kompletter Humbug. Wir haben so viele Spiele liegen lassen dieses Jahr. Bei uns hat sich der Korko-Deffekt eine ganze Rückrunde gehalten. Der kam ja nach unserem Aufstieg, also in der 17-18er Saison, kam er nach Hannes Wolf irgendwann im Winter. Ja. Dann war es diese Rückrunde, wo wir am Ende auf Platz 7 waren und nur nicht Euroleague-Quali gespielt haben, weil die Frankfurter das Pokalfalli gewonnen haben gegen die Bayern. Sonst hätten wir auch noch Euroleague-Quali gespielt mit dem. Und dann ist die Saison drauf, da ist er halt reingeschaltet, hat, glaube ich, nichts gewonnen gefühlt und ist irgendwie im achten Spieltag rausgeschmissen worden gegen Weinzierl. Der ist dann gekommen, erste drei Spiele, 0-11 Tote für Rennes, drei Jahre lang. War auch ein guter Einstand von Weinzierl, war auch stark. Hat sich überhaupt noch nicht zurechtgefunden bei uns, also bei euch war er wirklich gut. Also Kempf ist wirklich ein grundsolider Bundesliga-Verteidiger, jetzt nicht einer von der top-höchsten Qualität irgendwie, irgendwie, wie wir es so Kickern nennen, international Top-Klasse oder sowas, wenn es da ranken, aber ein stinknormaler, solider Bundesliga-Spieler über Jahre gezeigt, bei Freiburg, bei uns. Also dass der wirklich so schlecht spielt bei euch, hätte ich nicht gedacht. Also es ist wirklich, es wird jetzt, ich sag dir, es wird eine Geschichte werden am Wochenende, ja. Ich hoffe drauf. Entweder wird sich diese Geschichte weitergehen und man würde sagen, ey, ganz ehrlich, damit haben wir den Abstieg dem VfB abgenommen und wir haben uns den Abstieg eingekauft mit Kempf, weil er wieder so einen Scheiß macht. Ich bin mir sicher. Oder er macht, warum auch immer, genau gegen euch ein Tor. Also eins von beiden wird bestimmt passieren. Also so einen richtig stupiden Foul-Laufbeter in der vierten Minute würde ich mitnehmen. So mit glattroter Karten oder so. So was richtig Kämpf-Dummes. Wenn er sich rote Karten genommen hat, dann ist er wirklich so richtig dumm. Ich kann mich auch einen im Derby erinnern in der zweiten Liga. 3-0 geführt, 89. Ball ist weg und der mäht einen komplett weg vom KSC. Das ist der, den wir haben. Komplett sinnlos. Der Ball war weg, das Spiel war gewonnen. Nochmal ein Zeichensatz in der 90. Glattrot. Okay. Im Schraubbaum oder irgendwo? Das kann er schon. Nee, nee, nee. Das war irgendwo Richtung Eckfahne. Einfach wirklich komplett sinngefreit damals. Wir waren bei Richter gerade, der ausfällt bei euch. Also bei Richter. Der fällt bei uns aus. Das ist für uns richtig bitter, weil unsere rechte Seite, guck mal, wir haben da Pekarik. Das ist wirklich ein absoluter Edelmann. Der gibt immer alles, aber der ist 35, der ist einfach nicht mehr der Schnellste. Der kommt nicht mehr überall hinterher und ist auch vorne, sag ich mal, limitiert. Ja. Aber wir hatten halt in Kombination mit Marco Richter, das ist ganz gut, Marco Richter ist jetzt nicht der Top-Außenspieler, aber der rackert immer, der kämpft, der arbeitet auch mit nach hinten und so konnten die zu zweit halt einen Flügel ganz gut zumachen auf der Seite, die jetzt von Sosa und vielleicht mal Musch zusammen da bekleidet wird von eurer Seite aus. Jetzt hat Richter eine fünfte Gelbe bekommen und wir haben einfach keinen Ersatz, wir haben keine Flügelspieler, wir haben keine Rechtsverteile, wir haben niemanden, den wir da hinstellen können. Wir haben schon mal mit Darida gegen Union da gespielt und der wurde ja dreimal überlaufen und das ist genau meine Angst, dass ihr da eigentlich zwei, dreimal über links kommt und bei unserer rechten Seite, wir haben da einfach keinen, den wir da hinstellen können. Also das könnte für mich auf jeden Fall ein Knackpunkt sein, dass Richter da die fünfte Gelbe gesehen hat. Könnte funktionieren, Sosa über links dürfte Tomasch kommen, Mamoschi eher über rechts. Okay, achso, ja, der ausgebildene Neue. Ja, da könnte schon was passieren. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir Chancen bekommen werden. Unser großes Problem ist, dass wir es ja aktuell nicht nutzen. Wir haben im Moment ein riesiges Torwarttalent, der auch überragend hält, weil wir eben nicht mehr mit Schwolo spielen, ein Glück, weil der eben katastrophal ist mit Lotka, der ist auch richtig, richtig stark auf der Linie. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass der die ersten zwei, drei Bälle überragend hält und dass die Stuttgarter dann an sich selber zweifeln oder dass ihr dann quasi an eurer Chancenauswertung zweifelt, weil der holt schon auch mal Bälle raus, wo man sagt, wäre jetzt nicht Katastrophe, hätte er den nicht gehalten. Also den musst du nicht halten, aber hat er trotzdem gehalten. Ja, wobei er wahrscheinlich gar nicht viel halten muss, weil wenn wir unsere Chancen vergeben, dann vergeben wir es ja schon richtig. Okay, also daneben oder darüber. Das ist teilweise echt frech. Werdet ihr auf Sieg gehen oder wie ist eure Ausrichtung in den letzten Spielen gewesen? Wir werden schon auf Sieg gehen müssen. Also wie gesagt, in Mainz hatte ich nicht so ganz das Gefühl, dass wir da wirklich 100% alles reingehauen haben, um auf den Sieg zu gehen. Ich glaube, da waren wir mit dem Punkt schon irgendwie ein bisschen zufrieden dann am Ende. Aber ich glaube, das Spiel Berlin-Stuttgart wird wahrscheinlich ähnliche Parallelen haben zu Bielefeld-Stuttgart. Du wirst halt ständig vor dich hinspielen, ständig irgendwie Handball um den Sechzehner von der Hertha, nicht von Berlin, von der Hertha spielen und dann halt gucken, dass du irgendwann mal ein Ding reinbekommst. Wenn nicht, wie es der Fußball Gott so will, dann kommt ihr mit einer Flanke. Am besten macht es noch Selke und dann gibt es ein bisschen Tränen im Auswärtsblock. Das wäre Selke und dann kann er endlich wieder jubeln, als ob er ein Champions-League-Tor geschossen hätte. Ich glaube, für uns wird es halt extrem, extrem wichtig, dann halt auch mal einfach für das wäre meine Traumvorstellung, dass du wirklich auch mal fürs Gefühl, für ein gutes Gefühl in das Spiel reingehst und dann wirklich mit der ersten Chance, oder nicht erst mit der fünften, mit der ersten Chance mal direkt nach fünf Minuten fliegt ein Standard rein und gehst in die Führung. Das wäre so die Traumvorstellung, die geht. Weil dann ist es glaube ich, okay, dann wirst du das Spiel schon irgendwie über die Runden kriegen können. In den letzten Spielen war es oft so, dass wir einen Rückstand brauchen, aber ich glaube in Berlin Rückstand, dann stellst du dich halt da hinten rein, das wird dann nicht schön. Aber habt ihr generell das Problem, auch wenn ihr mal führt, dass ihr öfter mal noch eine Führung verspielt oder war das typisch gegen Hertha? Also gegen Hertha war es ja so, da hättet ihr das 3-0 machen können im Gegenzug, hättet ihr dann fast sogar noch verlieren können zu Hause. Ist das öfter so oder war das eher die Ausnahme, so ein Spiel? Nee, das war schon Saison-typisch. Ich glaube, wir haben nach Führung irgendwie, glaube ich, 15 Punkte abgegeben oder sowas. Oh ja, so viel, ja. Deswegen, das wurde ja auch so ein bisschen zum Gag dann rund um dieses Gladbach-Spiel oder auch Union, diese drei Spiele am Stück, 3-2, 1-1, 3-2, jedes Mal hinten gelegen. Dass wir diesen Rückstand brauchen, gefühlt. Aber ich glaube, Rückstand in Berlin, weiß nicht, ob das muss. Also da würde ich schon lieber in Führung gehen, auch wenn wir einen schlechten Rekord haben mit Führung, aber da gehe ich lieber in Führung für den Spielverlauf, weil sonst kannst du wirklich wieder über 80 Minuten fröhlich anrennen, wenn ihr da irgendwann schon früh in Führung geht. Das wird dann auch nicht lustig. Was ich immer noch die Gegner frage, was mich immer interessiert, gibt es natürlich nicht so viele, aber auf der Linie geklärt von Union. Wenn du dir fünf Spieler aussuchen, oder sag mal, nee, drei, sag ich mal, wenn du dir drei Spieler von Hertha aussuchen könntest, oh, ein Glück, ey, sorry, dass ich nochmal unterbrechen muss, Tor für Leipzig, es ist so gut in der 93, endlich, endlich, ey, oh. Wow, Führungstreffer, ne? Ja, 2-1 für Leipzig, oh, ist das wichtig für dich, sehr, sehr wichtig. Leipzig, Freiburg im Finale, da ist auch ein klaren Favoriten, wenigstens mal. Da bin ich dann sogar wieder, da bin ich wirklich stark für Freiburg dann. Ja, eben, eben. Also, ja, ey, das war so wichtig gerade, schönes Tor. Wenn du dir drei Spieler von Hertha aussuchen könntest, das mache ich immer so, dann musst du natürlich auch berücksichtigen, wo bei euch im Kader es vielleicht ein bisschen hapert. Ja, also wenn wir jetzt von nächster Saison sprechen, ihr bleibt in der Liga, Mamusch geht vielleicht wieder zurück zu Wolfsburg, keine Ahnung. Ja, ja, der geht sicher zurück zu Wolfsburg. Welche, welche drei würdest du gerne von Hertha holen? Ich hab mal den Kader aufgemacht hier bei Hertha. Ich hab schon zwei im Kopf. Ah, stimmt, der ist ja auch noch bei euch. Ich weiß nicht, ob ich den zurückholen würde. Der Askasibar. Uh, der ist, ach so, apropos Askasibar, der ist, wie war der beim VfB? Also, wir haben ja richtig viel Geld für den bezahlt. Ja, das war schon ein guter Transfer, auch von unserer Seite aus, fand ich. In der zweiten Liga, für den auch so viel Asche mitzunehmen. Also, das war jetzt nie ein überragender Fußballer, aber halt einfach der, von dem wusstest du, was du bekommst. Das war halt, der mäht dir halt jeden um. Der hat immer die Mentalität, der haucht dir jeden um im Mittelfeld. Manchmal zu viel Mentalität, wo er damals den Haarworts angespuckt hat und so Geschichten. Aber der hat schon, der hat eigentlich für ein Abstiegsteam schon genau das Richtige. Also, der ist jetzt, wie du schon sagst, nicht der richtige Fußballer, aber der bringt schon die richtige Mentalität mit, der gibt auch keinen Zweikampf verloren. Und dadurch war er auch so ein bisschen Publikumsliebling, weil er eben einer der wenigen war, wo du wusstest, er gibt wenigstens Vollgas, wenn er auf dem Platz steht. Also, nachdem wir auf jeden Fall Probleme haben könnten, weil im Sommer wohl oder möglicherweise Mangala wechselt, wäre ich bei einem Suat Serdar nicht abgeneigt. Das kann ich mir gut vorstellen. Tatsächlich. Auch Position her passt es wirklich gefühlt 1 zu 1. In der Defensive braucht man auf jeden Fall was. Jetzt gar nicht Startelf, aber auf jeden Fall in der Breite was. Ich fände es jetzt später, den Dardai zu sagen. Also, talentmäßig weiß ich, dass der bei euch recht hoch im Kurs ist. Sonst aber so als einfach soliden, den du immer wieder reinwerfen musst, der vielleicht nicht reinwerfen kannst, der vielleicht nicht unbedingt, nicht unbedingt auch immer quasi auf Stammplatz aus ist. Vielleicht tatsächlich Niklas Stark. Einfach als Ersatz hinten drin. Ja, einfach als Ersatz hinten drin. Weil da, wir haben unsere Stammelf, gerade wenn wir Dreierkette spielen, unsere Stammelf haben wir da. Nach hinten wird es dann halt sehr, sehr dünn. Vor allem nachdem Kempf weg ist, hast du eigentlich nichts auf richtig bundesiger Niveau, was Ersatz angeht. Wir werden Stürmer und Linksverteidiger halt auch haben. Weil Kalajic im Sommer wohl wahrscheinlich gehen wird und Sosa eh gefühlt weg ist. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Stürmer von euch gerade übernehmen wölte. Das ist da die andere Geschichte. Selke vielleicht? Wenn ihr uns dafür bezahlt. Kann ich anbieten. Schwierig tatsächlich. Ich fand Richter auch nie. Ich fand Richter jetzt auch nie schlecht. Aber wir haben da eigentlich keinen Bedarf unbedingt. Wenn man Musch geht, dann haben wir schon irgendwie so ein bisschen Flügelbedarf. Ich fand Richter auch nie verkehrt. Lasst da gerne ein Abo da. Link ist jetzt hier im Chat. Wenn ihr mich von Sonntag auf Montagnacht entweder weinen oder lachen sehen wollt im Berlin-Flog. Also wenn wir gewinnen, dann folgen dir alle ganz gerne, glaube ich. Machst du ein Video zur Auswärtsfahrt? Ja, ja. Okay, das werden wir uns auf jeden Fall geben. Es sei denn, ihr gewinnt 5-0, dann muss ich erstmal ein bisschen Abstand halten. Muss gucken, wie viel ermöglich ist, weil ich bin ja offiziell im Stehblock so. Ich bin ganz weit oben, also das Film wird schon kein Stress sein so. Jetzt rein von Ultras oder so oder Gemecker. Ist ja nicht so gern gesehen, aber das wird schon gehen, bin da ganz oben dabei. Mal gucken, wie gescheit er mit dem Handy filmen kann. Wie viele Pixel das Spielfeld noch abbekommt nach der Tartanbahn. Ja, ja, das ist halt wirklich ein Problem. Ich habe noch gar nicht geguckt, was für ein Wetter am Wochenende werden soll. Aber hell sein wird es ja auf jeden Fall noch. Ja, mein letzter Stand war Regen ab 14 Uhr am Sonntag. Na super, ein schöner Abstieg. Den Rest der Woche soll wunderschön sein und ab da soll es regnen. Ich freue mich auf den abgefälschten Fernschuss aus 30 Metern, der das Spiel entscheidet. Hüpft dreimal auf. Von Kempf hast du vergessen. Von Kempf. Oh je. Marc-Oliver Kempf, der sich auf die Brust klopft und sagt, er hat schon immer in Hertha-Bett-Wäsche geschlafen. Das wäre so ein Kempf-Ding in den Ex-Klub. Ich glaube, dem wäre es auch scheißegal. Ich glaube, der wird auch jubelt gegen uns. Ich glaube, es wäre dem wirklich egal. Wir vier in der ersten Liga wäre schon cool. Könnte man viele coole Talks auf jeden Fall machen. Ja, ich will auch bitte einfach keinen Vorbericht-Talk zu Relegationsspielen machen. Weder mit Casey noch mit Nico. Es ist mir egal. Oder auch mit den Klub-TV-Jungs. Will ich nicht. Ich würde auf 15 in die Saison abhaken, als wäre es nie passiert. Ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir zu. Geht mir ähnlich. Ja. 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 Vielen Dank.